3, 2, 1, Sündung Ja, die Sprengung ist optimal verlaufen. Der Turm hat genau das gemacht, was er sollte. Er ist in annähernd nördliche Richtung auf das vorbereitete Fallbett gefallen. Also exakt das, was wir haben berechnen lassen. Wir haben den Sperrbereich im Vorfeld mit den verschiedenen Absperrposten aufbauen lassen, sodass die Sprengung sicher durchgeführt werden konnte. Und das Ergebnis ist aus unserer Sicht optimal. Untertitelung des ZDF, 2020